Der Buddha rät sogar, das eigene Ich lieb zu halten. Man höre nur, was er dem König Passenadi rät. Wer sein Ich lieb hält, der verquicke es nicht mit Bösem. Was immer liebevolle Wesen tun, das tun sie selbst ihrem eigenen Ich. Aus diesem Grunde ist ihnen ihr Ich lieb. Diese neun Stufen der Erleuchtung bzw. Loslösung sind in etwa zu vergleichen mit der Einteilung der Erzengel in neun Chöre, also den Himmeln des Neuen Testaments, welche dem jeweiligen sittlichen Niveau ihrer Bewohner entsprechen. 1. Engel 2. Erzengel 3. Kräfte 4. Mächte 5. Herrschaften 6. Fürstentümer 7. Throne Cherubim 9. Seraphim Wie kann man diese eigentlich unsichtbaren Welten jetzt schon zu Lebzeiten erfahren? Wir können mit unseren beschränkten Sinnen nicht einmal alle Farben und Töne der sichtbaren Welt erfahren. Nur durch intensives Studium der weißen, okkulten Lehre oder der esoterischen Lehre, durch regelmäßige Seelenatemmeditation und durch sittenreines moralisches Verhalten können wir schon jetzt eine direkte Verbindung zu diesen Himmelswelten und ihren Bewohnern herstellen. In seinem Buch »Buddhistische Geisteswelt«, Seite 149 fasst Gustav Möncheng die neun Erlösungsstufen folgendermaßen zusammen. Sobald der Bikku, der Meditierende in diesem Falle wahrnimmt, dass die fünf Hemmnisse aus seinem Inneren getilgt sind, erlebt er Glück und Freude. Der Körper kommt zur Ruhe. Im Besitze dieser Ruhe empfindet der Bikku Behagen. Und dabei vertieft sich sein Geist. So tritt er der Reihe nach in die vier Stufen der Versenkung ein. Dann überwindet er gänzlich die Vorstellung von Gestalten und materiellen Dingen und auch die Vorstellung von der Vielheit der Gegenstände und denkt nur noch an den unendlichen Raum. So erreicht er das Gebiet der Raumunendlichkeit und verweilt darin. Dann überwindet er gänzlich das Gebiet der Raumunendlichkeit und denkt, dass überhaupt nichts da sei. So erreicht er das Gebiet des Nichtseins und verweilt darin. Von hier an, wo er nur noch das Bewusstsein seiner eigenen Zustände hat, steigt er allmählich zu immer höheren Zuständen des Bewusstseins empor, bis er dessen höchsten Zustand erreicht hat. Dann denkt er, es empfiehlt sich für mich, weniger zu denken, als nicht zu denken. Wenn ich denke und mir etwas vorstelle, dann werden diese meine jetzigen Bewusstseinszustände verdrängt und andere auf materielle, bezügliche, treten an ihre Stelle. Soll ich also nicht lieber nicht denken und mir nichts vorstellen? Und er denkt nicht mehr und stellt sich nichts mehr vor. Dann schwinden seine bisherigen Bewusstseinszustände dahin und neue auf materielle, damit sind auch die höchsten Himmel gemeint, schreibe ich, bezügliche, treten nicht mehr auf. So gelangt er zum Aufhören des Bewusstseins. Man ist also immer noch, nur eben jetzt frei von allem Bewusstsein, wenn wir auch dieses holprige Wort verwenden dürfen, frei. Man ist sozusagen bewusst, bewusstlos. Und dies ist ein großer Unterschied zu jemandem, der unbewusst oder ungewollt oder durch irgendeinen Unfall und so weiter bewusstlos ist. Man löse das Rätsel durch Studium und Meditation. Om. Das in den beschaulichen Schauungen zitierte, muss noch vertieft werden, da es den Kern der Buddha-Lehre betrifft. Der Buddha hat eigentlich von nichts anderem gesprochen, als von der Loslösung, von allem Vergänglichen und darum Leidvollen. So gesehen gibt es ja auch nur sechs Arten von Menschen oder auch fünf Arten von Menschen und dann den sechsten als die Monade, wie wir Theosophen sagen, gesehen. Erstens, der Anhaftende. Da gibt es nicht viel zu erklären. Ein solcher wird wiedergeboren werden, Reinkarnation, und muss wieder leiden, bis auch er schließlich die Leidensnatur alles Erkennbaren verstehen mag, es sei denn, er lässt ebenso weise los, wie er anhaftet. Zweitens, der das Anhaften lassende, aber durch Erinnerungen an das Anhaften geplagte, sie nicht besiegende Mensch. Ein solcher ist also auf dem Weg, das Anhaften zu lassen, es zu verleugnen, aber er gönnt den mit Anhaften verbundenen Erinnerungen Raum, lässt sie gewähren. Dies wird noch viele Reinkarnationen zur Folge haben, bis Nirvana erlangt ist. Drittens, der das Anhaften lassende, aber durch Erinnerungen an das Anhaften geplagte, sie jedoch besiegende Mensch. Ein solcher wird nicht so oft wiederkommen. Viertens, der das Anhaften lassende, aber nur hier und da mit Erinnerung an das Anhaften geplagte und sie besiegende Mensch. Der ist schon nahe an Nirvana. Fünftens, der nicht mehr anhaftende Mensch, der auch durch keine Erinnerungen mehr gepeinigt wird. Er hat die meiste Vorarbeit wohl schon in vergangenen Leben geleistet. Nirvana ist seine Belohnung. Und nun kommen wir zu dem sechsten Menschen, den ich hier noch hinzufüge. Das wäre der bodhisattvische Mönch. Er haftet weise mitfühlend an und wird weise mitfühlend wiedergeboren, sei es im Himmel, auf Erden oder manchmal sogar in der Hölle, wo er leidende Seelen befreit. In diesem Falle ist es aber, wie gesagt, die Monade, die sich opfert, obwohl sie bereits befreit ist. Der Loslösungsprozess kann gar nicht oft und detailliert genug besprochen und beschrieben werden. Denn nur wer ihn versteht, wird auch Nirvana das Ende allen Leidens erlangen. Die verschiedenen Stufen bis hin zur Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung sind auch in anderen Worten erlangen. Erwähnt und in vierfacher Aufteilung. Erstens, die selige Heiterkeit oder erste Schauung. Zweitens, die innere Meeresstille oder zweite Schauung. Drittens, die heitere Ruhe oder dritte Schauung. Viertens, das vollkommen reine oder die vierte Schauung. Viertens, das vollkommen reine oder dritte Schauung. Untertitelung des ZDF, 2020